Autsch! Amira Pocher kämpft im Schnee mit ihrem Bruder Ibrahim. Doch der Spaß endet wohl unsanfter als geplant. Amira Pocher, 29, freut sich, wieder in der Heimat zu sein. Die Frau von Oliver Pocher, 43, teilt wunderschöne Aufnahmen aus dem verschneiten Österreich. Das Wetter nutzt sie sofort aus und liefert sich mit ihrem Bruder eine Schneeballschlacht. Amira Pocher Ihr Bruder kennt keinen Erbarmenpunkt der formt nämlich nicht nur harte Schneekugeln und bewirft sie damit, sondern zeigt ihr auch bei einer Rangelei, wer der Stärkere von beiden ist. So wie es in Amiras Story auf Instagram aussieht, nimmt der Spaß jedoch ein etwas schmerzhaftes Ende für die zweifache Mutter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.